Ich habe noch einen wichtigen Lerntipp für dich, um das Thema Differenzialdiagnose zu üben. Es ist für die mündliche Prüfung ja ganz wichtig, dass du mit einem Fallbeispiel umgehen kannst. Und die Basis davon ist, dass du bei einem Symptom, wenn du irgendwo ein Symptom liest oder siehst, die Idee hast, welche Krankheiten können das sein. Also empfehle ich dir, folgendes Spiel zu spielen. Du suchst dir irgendein Symptom aus, also zum Beispiel Antriebsminderung. Und dann überlegst du dir, welche Krankheiten sind für dieses Symptom möglich. Und das machst du einfach mit möglichst vielen unterschiedlichen Symptomen. Das kannst du zum Beispiel machen, während du deinen psychopathologischen Befund durchgehst. Da sind ja alle Symptome drin. Und du überlegst dir jeweils, welche Krankheitsbilder sind möglich. Wenn du nämlich in diese Richtung denken kannst, dann hast du genau die Fähigkeit, die du brauchst, um Fallbeispiele hervorragend lösen zu können.